So und wir beginnen dann jetzt mal wieder hier mit SimCity in der nächsten Folge und mir ist was abgefallen. In den letzten zwei Folgen wird die Soundqualität nicht so die schönste gewesen sein, weil ich habe das falsche Mikrofon ausgewählt. Ich habe nämlich mein Headset-Mikrofon und nicht mein normales Stand-Mikrofon. Deswegen wird sich das etwas anders angehört haben. Als wie ich jetzt rede. Ja, so wie gesagt, ich wollte ja sagen, nee, ich wollte ja machen, dass wir hier ein paar neue Wohnblöcke bauen. Und das machen wir dann am besten auch mal hier so. Wie genau, das ist jetzt die Frage. Ich würde mal hier kurz die Taktik angehen. Ach mein Gott, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ansonsten, ja. Ach, zu wenig Simoleons. Oh, ich bin blöd. Ich glaube nicht, was hier wieder los ist. Ach, nee, wir verdienen so wenig. Das gibt es doch gar nicht. Na gut, dann mache ich hier erstmal. Ende, 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 Ende. Und ganz. Oder wie das Spiel geht. Oh, yo, wir haben ja ein paar hier abgedingste Gebäude. Und ich muss schon sagen, man sollte die jetzt wirklich schnell ab, äh, oder kaputt machen, weil in der anderen Stadt von mir, da habe ich wirklich sehr, sehr viele Obdachlose bekommen. Und das ist nicht so sehr schön, wenn ich das mal so sagen darf. So, die werden sich wohl bald umbauen, alle. Und dann haben wir hier schöne größere Gebäude. Ja, die sollten wir eigentlich erweitern, aber wir verdienen noch nicht so viel. Deswegen würde ich das erstmal lassen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal genügend Fläche haben für neue Einwohner. Ich glaube, wir müssen bald nochmal einen neuen Wasserturm aufstellen, weil der macht das jetzt nicht mehr so mit, oder? Ja, doch. Gucken, Wasserkarte, ja, die ist noch gut. Ansonsten habe ich halt auch mal die Erfahrung gemacht, man sollte immer Kläranlage neben Wasser, äh, Wasseranlage stellen hier. Pumpstation. Ist ja, wie gesagt, die beste Möglichkeit. Deswegen, das Ding bleibt mal aufstellen. Ach, was die mit ihren Parks wollen. Jetzt sollte man das Ding hier haben. Auch immer der Hinsel. So, und dann nochmal hier oben. Jetzt sind sie glücklicher. Und wir haben die 5000 Einwohner geknackt. Hätte ich jetzt gedacht. So, das hier ist schon aufgestellt. Sicherheitsabteilung. Ja. Wäre vielleicht auch gut. Oh Gott. Es klingelt mal wieder laut. Ne, gut. Oh, oh. Wir haben ja hier wieder ein bisschen was abgebrannt. Ich sehe das doch gar nicht, wie schnell, wie, 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 wie schnell geht denn das Zeug hier kaputt. Das ist ja wirklich merkwürdig. Hier oben könnte man vielleicht noch Leuten, äh, Gebiete zuweisen. Oder? Ja. Hier erstmal auch und dort erstmal auch. Wir haben ja so viel Platz. Außer, oh Gott. Oh Gott. So, bis dahin. Das reicht ansonsten. Was er mir hier alles sagen will. Schon wieder eins abgebrannt. Okay, wir sollten die Feuerwehr nochmal upgraden. Das gibt's doch nicht. Achso. Ach nee, Feuerwehr ist es ja gar nicht hier. Die Polizei war einfach. Ja, wir können es mal schnell, dass es nicht geht. Ja, wir können es mal schnell, dass es nicht geht. Ja. 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 Ja.